Oh! Boah! Was willst du von mir machen? Du schuldest deinem Kumpel Patrick 2,60 Euro. 2,60 Euro? Zahl damit, dann seid ihr quitt. Ruckzuck ist einfach. Geld schnell und leicht per Handy senden. Mit Quitt, einer Funktion unserer App. Ein Schwenk Schwenkte Kick Ich bin so ein bisschen sprachlos jetzt nach dem Spiel, ich glaube, dir geht es genauso, oder? Ja, jetzt klare Worte zu finden, das ist, glaube ich, schwierig nach dem Spiel. Ich denke, das müssen wir jetzt erst mal sanken lassen, aufarbeiten und dann, denke ich, in den nächsten Tagen kann man dazu ein bisschen mehr sagen. So aus dem Bauch heraus, was war in der ersten Halbzeit mit euch los? Ihr habt völlig von der Rolle gewirkt. Ja, wir haben ein bisschen schwierig ein Spiel gefunden, aber ich denke trotzdem, dass wir umso länger das Spiel war, denke ich, sind wir immer besser reingekommen und ich denke, zum Schluss war es einfach so, dass wir auch nochmal alles reingeworfen haben. Ich denke, wir können uns jetzt, klar, wir haben nicht gewonnen, wir haben leider verloren, aber wir haben jetzt nochmal alles reingeworfen, und zum Schluss hat leider nicht gereicht. Wir müssen vielleicht von Anfang an dieses letzte Wille, die wir jetzt zum Schluss gezeigt haben, von Anfang an auf den Blast bringen. Das wollten wir auch von Anfang an, die Fans auch hinter uns kriegen, aber leider hat das nicht ganz geklappt heute. Ja, man hatte schon so das Gefühl, in der Pause habt ihr euch dann gesammelt und ging ja nach der Pause gut los, da hattet ihr ja einige Torchancen, aber die habt ihr halt wieder liegen lassen, ne? Ja, klar, wir haben nochmal in der Halbzeit natürlich klar besprochen, dass wir nochmal alles reinwerfen werden. Wir standen mit dem Rücken an der Wand, wir haben eins nur hinten gelegen, klar, wenn wir das Spiel drehen, und in Offenbach ist eigentlich immer was möglich, heute hat es leider nicht gereicht, aber ich denke, es bringt nichts, die Köpfe jetzt hängen zu lassen, auch wenn es drei Spiele jetzt waren, aber das nächste Spiel zählt wieder, und da zählt auf jeden Fall nur der Dreier. Ja, sehr gerne, wir hatten es eben schon so ein bisschen von der Sprachlosigkeit nach so einem Spiel, du hast die, ja sicherlich sehr schlechte erste Halbzeit von außen gesehen, was ging dir da durch den Kopf? Gute Frage, was soll man darauf antworten? Ja, warst du auch fassungslos, sprachlos, überrascht? Überrascht, deswegen, weil ich weiß, was eigentlich für eine Qualität in der Mannschaft steckt, weil ich weiß, dass wir es eigentlich, ja, acht Klassen besser können. Wir können es, es liegt halt zur Zeit einfach nur an, ja, an Dingen, die man, ja, an Kleinigkeiten einfach, an denen wir wirklich schrauben müssen, das ist einfach, ja, Selbstvertrauen und vom Kopf her die Überzeugung einfach, wenn jeder Einzelne von sich selbst überzeugt ist und das nach außen zeigt, den Kampf annimmt, über Leidenschaft, über Zweikämpfe reinkommt, sich in das Spiel reinsteigert, dann, dann, ja, dann schaffen wir es auch zusammen wieder in die richtige Spur. Ich denke, da müssen wir ansetzen, dass wir fußballerische Qualität haben, dass wir, ja, das haben wir schon des Öfteren bewiesen, ich denke, der Kern der Mannschaft, beziehungsweise der Großteil der Mannschaft ist zusammengeblieben und wir müssen jetzt über Mentalität, über, über Einstellung, über Zusammenhalt, über, ja, einfach positiv, Brust raus, müssen wir zusammen, zusammen da wieder rauskommen. Ich denke, das schaffen wir, das haben wir schon des Öfteren bewiesen und, ja, klar, es ist schwer jetzt im Moment Worte zu finden, ähm, aber ich denke, ja, äh, nächstes Spiel ist schon drei Tage später, deswegen jetzt noch, äh, drüber Gedanken machen, aber morgen ist gar keine Zeit, äh, morgen muss es schon, äh, analysiert werden, nüchtern, sachlich und dann geht es am Freitag schon wieder um die nächsten drei Punkte und, wie gesagt, es ist gar keine Zeit, jetzt irgendwie, äh, hier Trübsal zu blasen oder sonst was, man muss, äh, wieder aufstehen zusammen, halt den Fern zusammen und dann, äh, das Ding wieder in die richtige Richtung lenken. Du hast von Selbstvertrauen gesprochen, du hattest das, als du reingekommen bist, hatte man das Gefühl, es geht jetzt erst mal ein Ruck durch die Mannschaft. Ich denke, äh, ja, der Trainer, auch ich hatte die letzten Spiele als, 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 als jemand, der, ja, der jetzt mittlerweile auch schon sein drittes Jahr hier ist und der vorangehen muss, äh, ja, nicht das auf den Platz gebracht, was ich hätte auf den Platz bringen können. Ich versuche dann, äh, auch die Jungs, äh, durch meine Einstellung, durch, wenn ich auch eingewechselt werde, ja, mein Bestes zu geben und die Jungs mitzuziehen. Ich denke, es hat funktioniert, wir hatten dann unsere Täuschung, zu Mainz kam gar nicht mehr zur Geltung und ich sage, äh, das ist halt zur Zeit, das, was fehlt, das letzte Quäntchen, dann wird der Ball nochmal abgefälscht oder, ja, die Chancen haben wir halt dann leider wieder liegen lassen, ne? Das ist das und daran müssen wir jetzt arbeiten, äh, weiter Gas geben. Ich denke, harte Arbeit wird irgendwann ausgezahlt. Wie gesagt, wir haben die Qualität und es sind einfach nur Kleinigkeiten und wir werden, ich weiß es ganz genau, dafür kenne ich die Mannschaft zu gut, wir werden gemeinsam mit dem Trainerteam, mit den, mit den Fans zusammen, da wieder rauskommen, am Freitag drei Punkte holen auswärts und dann, äh, ja, Schritt für Schritt wieder Spiel für Spiel die Punkte holen. Ja, Dren, ähm, das war ja jetzt gar nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt, wahrscheinlich, ne? Ne, wir haben, ähm, wieder keinen Sieg geholt, ähm, wir haben es uns anders vorgestellt, ähm, in der ersten Halbzeit haben wir wieder nicht das gezeigt, was wir eigentlich spielen wollten, ähm, in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass die Mannschaft wollte und, ähm, auch von Beginn wollte die Mannschaft eigentlich, aber irgendwie hat es jetzt nicht geklappt und wir müssen halt gucken, woran es liegt und wir müssen weitermachen. Also es ist so ein bisschen diese Ratlosigkeit, Sprachlosigkeit, warum die erste Halbzeit so in die Hosen gegangen ist? Ne, wir wissen schon wieso, aber, ähm, es ist einfach manchmal so im Fußball, dass man will, aber es dann irgendwie nicht klappt, aber, ähm, das Wichtigste ist, dass wir, ähm, trotzdem weiter an uns glauben und dass wir, ähm, mit einem Tor, dass so ein Dosenöffner uns vielleicht mal guttun wird und, ähm, ja, wir müssen jetzt positiv nach vorne schauen und am Freitag geht es schon wieder weiter. Ich meine, ihr seid ja aus der Kabine gekommen, da habe ich gedacht, jetzt drehen sie das Spiel, ja? Ja, mit den Fans hier, wir haben ja andere Ansprüche, wir wollen oben mitspielen, wir wollen, ähm, jedes Spiel gewinnen, aber so wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, können wir kein Spiel gewinnen und, ähm, müssen uns hinsetzen, ähm, Fehler schnellsten analysieren und dann geht es schon morgen wieder weiter. Du selber hast ja heute wieder sehr, sehr defensiv gespielt, zum Schluss ja fast Innenverteidiger. Ja, es ist, glaube ich, nicht wichtig, wo ich spiele. Ich muss einfach meine Leistung bringen, wie jeder andere und, ähm, ich glaube, kein Spieler war jetzt da, der, ähm, 100 Prozent das gespielt hat, was er spielen kann und, ähm, und, ähm, deswegen müssen wir am Freitag schnellstens, ähm, ähm, wieder da sein, wo wir sein wollen. Wie legt man jetzt den Hebel in so drei Tagen um, ja? Also, es gibt, gibt es positive Dinge, an denen man sich da hochziehen kann, oder wie, wie, was macht, wie macht, oder versucht man das zu vergessen jetzt? Ja, man muss positiv, ähm, denken. Ähm, ich glaube, ähm, ja, mit der in der zweiten Halbzeit haben wir alles reingeworfen, ähm, wie gesagt, ich, ich sage, wenn wir ein Tor machen, was wir uns ein bisschen selbst erzeugen, gibt, dann, ähm, spielen wir auch am Freitag gegen Unn wieder das, was wir eigentlich können und, ähm, ja, das gilt jetzt am Freitag, die volle Konzentration am Freitag. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel Kikos Offenbach gegen den ersten LSV Mainz zum fünft, zweite Mannschaft. Ich darf begrüßen die beiden Trainer, Bartosch Gau und den Daniel Ströner von dem UFC und darf den Bartosch bitten, um sein Statement. Ja, also für uns war es das erwartet schwere Spielbildung bei Jugendgruppe, vor allem nachdem wir die ersten beiden Spiele leern und bezahlen mussten und dann war es für uns jetzt auch wichtig, dass wir den nächsten Schritt mal gehen, auch in Entwicklung, den nächsten Schritt. Von daher, ähm, wussten wir, was hier in Offenbach auf uns zukommen wird, dass das mit Sicherheit für unsere Truppe eine Herausforderung auch sein wird, ähm, mit vielen 18-, 19-jährigen Spielern da auch wirklich konstant die Nerven zu behalten in diesem Spiel. Ähm, ich denke, in der ersten Halbzeit sind wir sehr gut ins Spiel reingekommen, waren geduldig, ähm, haben gut verteidigt, gut nach vorne verteidigt, mutig verteidigt, ähm, standen gut in Ordnung, haben nach vorne uns auch Möglichkeiten immer wieder rausspielen können, ob nach rumschalten, aber auch aus dem, aus dem Ballbesitzspiel heraus. Sind dann in der Halbzeit rein, haben gesagt, ähm, dass wir natürlich jetzt in der zweiten Halbzeit, äh, mit Sicherheit auf dem Feuerwerk gleich treffen werden, dass, äh, die Offenbacher brennen werden, das war auch der Fall. Ähm, da hat man mit Sicherheit eine Phase bis, äh, ja, bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, wo wir ein bisschen geschwommen sind, wo wir eher in Passivität verfallen sind, dass die Offenbacher natürlich stark gemacht hat, ähm, das ist für uns natürlich die Erkennung, dass wir da den nächsten Schritt auch machen müssen, dass wir aus der Halbzeit kommen und das Spiel eigentlich weiterhin bei 0-0 beginnt und wir das Spiel aus der ersten Halbzeit fortsetzen, haben uns dann halbwegs gefangen, dass wir uns zumindest nicht ganz tief hinten reindringen lassen, ähm, und haben dann auch hinten raus mit Sicherheit aus dem Konter dann auch nochmal die eine oder andere Möglichkeit gehabt, nachdem Offenbach geöffnet hat. Äh, äh, Unter dem Strich, äh, bleibt für mich halt zu sagen, dass ich extrem stolz auf meine junge Truppe bin, wie sie den Kampf hier angenommen hat, mit was für einer Bereitschaft sie gearbeitet hat, dass sie bereit war, auch Drecksarbeit zu verrichten, vor allem hinten heraus, und das muss ich sagen, das hat mir sehr imponiert und von daher glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind und, äh, da positiv in die nächsten, äh, Spieler blicken können. Dankeschön, Teilen? Ja, ähm, Kollege hat es gut analysiert, ähm, wir haben natürlich in der ersten Halbzeit, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das war absolut indiskutabel, also, was wir da gespielt haben, ja, das, äh, das können wir nicht so stehen lassen, das werden wir nicht so stehen lassen, und, äh, ich hab's eben gerade schon auch zur Mannschaft gesagt, sorry, dass es ein bisschen später war, aber das, hier muss ab morgen ein anderer Wind rein, und, äh, ja, das werden wir auch tun, und, äh, wir haben das in der Halbzeit klar angesprochen, in der zweiten Halbzeit gab's dann auch eine Reaktion, äh, leider hat, äh, ja, die klare Chance, das wäre vielleicht, der Wendepunkt gewesen, der Julian Schäffler hätte den Ball reinschießen müssen, aber es war ein bisschen bezeichnend, die letzte Konsequenz, der letzte Biss hat einfach gefehlt, hat er nicht reingedrückt, ja, und dann, ähm, ja, war das Spiel dann, äh, wie der Kollege schon gesagt hat, dann ab der 75. haben wir nicht mehr den Druck so hoch halten können, und, äh, haben die Bälle dann auch, in den letzten Minuten, dann haben wir die Bälle nicht mehr lang reingespielt, und haben die Verantwortung weitergegeben, und das war so ein bisschen bezeichnet einfach, und, äh, da müssen wir, äh, da müssen wir viele Dinge einfach verändern, und, äh, das Schöne ist bei englischen Wochen, dass es natürlich am Freitag weitergeht, und am Freitag müssen elf Spieler von Anfang an auf dem Feld stehen, die eine ganz andere Einstellung, einen ganz anderen Treif gegen den Ball haben, die aus der Position rausspielen, und, ähm, und das müssen wir einfach ab Freitag, zumindest ab morgen schon ändern. Gibt es noch weitere Fragen an die beiden Trainer, dann bitte ich um Handzeichen. Jörg? Wo ist das Mikro? Wo ist das Mikro? So, Herr, das geht auch noch. Ja, Herr Steierlein, das ist nämlich die Frage, äh, wir haben gesagt, die erste Halbzeit war eben diskutabel, aber, welche, was war denn die Idee eigentlich, was war denn eigentlich der Spiel? Das war genau das Problem, dass man das nicht gesehen hat. Also, wir haben das vorher ganz klar, ganz klar angesprochen, wie wir das eigentlich bespielen, wie wir es bespielen wollen. Wir wollten kompakt gegen den Ball sein, das waren wir nicht. Wir wollten eigentlich Außenpositionen rausspielen, das haben wir nicht gemacht, und deswegen ist genau das rausgekommen, was in der ersten Halbzeit rausgekommen ist. Ja? Herr Steierlein, eine kleine Frage, man hat jetzt in den drei Spielen gesehen, dass immer nur in den letzten zehn Minuten die Mannschaft fremd und gasgibt. Wie kann das, also in den letzten zehn Minuten wieder gesehen, dass man will, aber irgendwie fiel dann immer auch so, am Anfang schon so, der Druck. Ja, ich habe ja gesagt, die erste Halbzeit war nicht gut, ne, klar hat das Ergebnis natürlich auch gut gemacht, aber trotzdem, wir haben uns einfach nicht Abstände eingehalten gegen den Ballen, die Spieler hatten immer jede Menge Zeit, den Ball anzunehmen, aufzudrehen, weiterzuspielen, und so kommt man in keine Zweikämpfe rein, und wenn wir den Ball hatten, dann haben wir einfach die Position wieder falsch besetzt, und dann haben wir fast jeder Ball wieder weg, und so sind wir nur hinterhergelaufen, und zweite Halbzeit wurde es dann besser, aber es muss von Anfang an, muss man so spielen, wie wir es uns eigentlich vorstellen, und das haben wir nicht gemacht. Noch Fragen, Jörg? Bleibt dabei, sozusagen, ich muss nochmal nachhaken, diese Mannschaft ist ja weitgehend gut verändert, heute hat, glaube ich, ein Neuzuganger-Tumfeld gestanden, also die hatte ja eine Spielidee, wo ist die, wo ist diese Sicherheit hingekommen, die ist ja völlig weg? Ja, das Problem war natürlich auch in der ersten Halbzeit, dass wir viele Spieler drin hatten, die natürlich nicht normal formaten, und das macht es natürlich total schwer, und momentan ist es so, dass Anspruch und Wirklichkeit, gerade in der ersten Halbzeit, bei einigen Spielern natürlich total, weit auseinanderklaffen, und wenn ich da ein paar Ausfälle drin habe, dann kann ich das nicht kompensieren, auch als Mannschaft nicht. Noch Fragen, Jörg? Fertig? Ja, das ist ja wohl nicht der Fall. Ja, dann wünschen wir dem FSV alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Wir sehen uns wieder am 18.8. dann gegen die TSG Unheim, zweite Mannschaft, und ja, wünsche ich schon einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao, ciao, ciao. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020